Guck mal, so viele Pilze Ach du Scheiße Na Jungs? Ja, ja, ich weiß, ich weiß Ich weiß es doch So, ähm, wo ist denn die Treppe? Ach, die ist da unten Jetzt hätte ich doch glatt beinahe Irgendeinen Käse veranstaltet hier So Hallo, kannst du auch rennen bitte? Hätte ich ja alles schon längst erledigen können, ne? Den Strom hierher transportieren Aber was soll ich sagen? Ich war wohl der Meinung Ich war wohl der Meinung, dass ich das auch später nachholen könnte Jetzt weiß ich, hier oben sind irgendwo Noch mehr von diesen Arschlöchern Lass mich mal hier hoch Wo möchte ich den Strommasten gerne hinstellen? Hier oben vielleicht? Ist das realistisch? Ja, geht durch die Bäume Das passt schon Gut Dann Ähm Dann einmal hier hin So, und jetzt wird's spannend Jetzt stellen wir einen direkt Hier so hin Aber jetzt trickse ich die mal aus Weil ich nämlich schlau bin Hehehe Hehehe Meine Stromleitungen Mein Stromnetz Glücklicherweise habe ich mich dann irgendwann entschieden Einfach alles miteinander zu verbinden Das heißt, das gesamte Stromnetz Alles, was ich an Strom verbinde Okay, jetzt bin ich vielleicht schon ein bisschen weit oben Ich baue jetzt Ich möchte gerne Genau Das möchte ich gerne Und dann würde ich gerne Ach, guck mal Das ist ja traumhaft Gut Gut Äh Halt den Rand Ich hole es, wenn ich was damit anfangen kann Solange ich nichts damit anfangen kann Hole ich es auch nicht Ganz einfache Kiste So Und jetzt haben wir hier Strom So Und das wiederum bedeutet Ich kann da auch eine HyperTube hochbauen Ähm Also zumindest in der Theorie Sehe ich da eine Schnecke Ne Das sind die verseuchten Pflanzen Ähm Okay, warte Fangen wir mal mit dem Eingang an Den stelle ich mal einfach Da so hin Und dann bauen wir die HyperTube Ähm Ja Wo bauen wir sie denn hin, hm? Sag mal Ich weiß gar nicht Wenn ich mit der HyperTube hier durch Fahr Brauche ich dann Boden ist zu steil Brauche ich dann Äh Auch eine Maske Oder kann ich da einfach so durch So, warte mal Wo kann ich dann jetzt noch Was hinbauen Guck mal Wir machen das jetzt mal anders Und zwar So Komm ich da hin? Uaaaa Au Nein, komm ich nicht Okay Wo habe ich das jetzt hingebaut? Da oben Mann, scheiße Okay Nein, falsch So Und jetzt schauen wir mal Ah Ich kann hier draufstehen, okay Aha Ah Okay Heilige Scheiße Ähm Weiter geht's Das ist mir jetzt dann doch lieber Als so ein unendlich langes Treppenhaus Ähm Jetzt muss ich mal gucken Wo war denn jetzt hier Diese Bauxit-Geschichte Genau Hier ist nämlich ein Ja Hier will ich nicht kämpfen Hier ist mir zu viel Gas Aber hier Drücke R Um nachzuladen Ah Hä? Hä? Wieso ist denn der jetzt umgefallen? Hat das Gas ihn erledigt? So Also ich glaube hier anzukommen ist viel besser Da hinten klebt eine Schnecke Warte mal Wo war jetzt Wo war jetzt das Bauxit? In diese Richtung In diese Richtung Okay Dann will ich hier ankommen Ähm Okay Dann können wir die HyperTube einfach Nein Falsch Oder will ich die Warte mal Wir machen das mal anders Und zwar machen wir das Hier hin Und von da Hier hin So jetzt funktioniert das Ding natürlich noch gar nicht Weil ich Idioten natürlich vergessen habe Strom zu verbinden Aber Das ist ja das kleinste Warte Erstmal stelle ich hier Erstmal stelle ich Mann Erstmal stelle ich hier Junge Wenn du nicht gleich aufhörst Stelle ich erst mal hier unten einen hin So und der soll jetzt erstmal nur damit verbunden werden Dann Dann Vielen Dank.